Hören Sie genau zu. Sie sind jetzt 5000 Meilen vom Festland entfernt. Und Sie sinken sieben Meilen tief auf den Grund des Ozeans. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Los geht's. Also, ziehen wir das durch! Ziehen wir's durch! Oh mein Gott! Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist der Schaden? Zehn. Wir sind bis zum Meeresgrund vorgedrungen und wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir müssen zur Station. Und wie kommen wir da hin? Wir laufen. Wir sollen laufen, ohne ausreichend Sauerstoff, über den Grund des Ozeans? Wir wissen nicht, was da draußen ist. Miesteste Idee ever! Was war das? Lichter ausschalten. Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Etwas verfolgt uns. Underwater. Er schiebt mich unter Wasser! Demnächst nur im Kino. Das war das,! Das war das. Das war das. Oh, oh, oh.